So, und noch ein Let's Play auf der Map Blue Box. Scheiße, oh Mann, verdammt. Alter, ich treffe nicht, ich treffe nicht. Ich sehe gar nichts. Boah, heftig. Der hat nicht einmal gezogen. Warum ist das denn schon wieder so? Mann, das ist natürlich wieder scheiße. Warum auch immer der nicht ein einziges Mal getroffen hat. Toll. Oh, jetzt hat er gehittet. Ja, geht doch. Scheiße, Prämie verloren. Komm, dann mache ich wenigstens noch einen Tod. Juhu, hat sich das wenigstens gelohnt noch. Map Blue Box. Ja, es ist eine blaue Box mit drei Wegen. Eine Brücke. Scheiße, hier geht es gar nicht mehr weiter. Oh, oh, gefangen. Bam. Sollte man beim Hammer schneller schlagen. Ich kann es ja eigentlich. Boah, ganz knapp, ganz knapp. Aber so, hier war der Weg nach oben. Oh, nein. Boah, dank meines Premiums habe ich noch überlebt. Also, ich habe ihn noch geschafft zu killen. Sagen wir es mal besser so. Ich gehe nach unten. Die kamen immer von unten. Oben kamen immer sehr wenige. Da ist auch schon wieder einer. Da bringt dir auch dein Warpenix, Mann. Wo bist du? Oh. Oh. Oh, einer war meiner. Der andere war seiner. Okay. Könnten eigentlich warten, bis hier welche die Brücke hochkommt. Na, 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 na. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Haben wir uns beide gegenseitig gekillt. Sehr schön, sehr schön. Mann, also. Was war das? Oh nein. Hat er mich, hat er mich. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo seid ihr? Komm schon. Ich will den einen wieder kriegen. Den holen wir zuerst. Und den nochmal. So, du wirst angeschlagen. Nein, wo bist du? Ach, Mist. Total blöd. So, da spawn ich schon wieder. Und dann können wir weitergehen. Mit meinem schönen B-Hammer. Da ist doch hier mein TAR. Der versucht da raus. Das geht nicht. Wieso hat sich meiner gerade nicht umgedreht? Das ist doch voll fies gewesen. Naja, egal. Habe ich sie trotzdem beide? Oh, das wird jetzt schwierig. Mein Premium ist noch aktiv. Der haut einfach ab. Oh, habe ich noch? Wo kam der denn jetzt her? Ich sehe überhaupt nichts mehr hier. Boah, haha, ja. Der war gut. Mit dem Baton. Speed, Speed. Ey, Alter. Bleibe ich hier stehen? Und warte, bis sie kommen. Das ist doch dämlich. Warum werde ich hier gekillt? Komm, ich bleibe mal stehen jetzt. Scheiße, nee, stehen bleiben ist keine gute Idee. Ich spiele selten mit meinem Hammer. Echt. Oh, wo von hinten schon wieder? Oh, da habe ich ihn. Wir strafen jetzt mal rechts und links. Probieren wir mal die Methode. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, Strafen ist auch nicht schlecht. Geht so. Der eine hat mir zwar meine Kills geklaut, aber... Okay. Wie lange noch? Boah, zwölf Minuten noch. 160 Chaos. Okay. Es geht noch. Es geht noch. Wir machen noch ein bisschen weiter. Es macht Spaß irgendwie. Macht es doch Spaß. Warum auch immer. Ah, habe ich ihn auch noch. Was versteht das überhaupt? Oh, 18.11. Okay, habe ich. Ja, das geht ja noch. Und wo? Da unten sind die alle. Toll. Und ich bin jetzt hier oben. Mein Prämie ist wieder aktiv. Die Strafe-Technik funktioniert eigentlich ganz gut. Hier kommst du nicht durch. Ach man, ich hätte auch mal auf den Kopf schlagen sollen. Nicht auf den Bauch. Wäre er jetzt schon tot gewesen. Ah, hier geht es auch noch hoch. Hier war ich ja noch nie. Ich weiß auch warum, weil man hier nichts machen kann. Okay, mit schießen wäre das eine ganz gute Position da hinten. Boah, der war fies mit Spawnschutz, du. Noch einer. Ich bleibe einfach hier stehen. Die spawnen ja immer hier alle. So, gucken wir mal, wer als nächstes hier spawnt. Ja, wusste ich doch. Hinterher warten, bis der Spawnschutz weg ist und draufhauen. Und damn, damn, dumm. Oh, scheiße, der. Ja, ja, ja. Oh, Double Kill noch geschafft. Und ja. Oh, scheiße, jetzt hat er mich mit seiner Schaufel. Der Cutter. Oh, jetzt auf ihn zu. Haha. Ah, toll. Ich dachte jetzt schon, wo ich sage. Nein, nein. Jetzt aber. Oh, Mann. 32 HP noch. Okay, mein Prämie habe ich auch noch. Und wo seid ihr, Freunde? Da ist noch einer. Au, das ging doch noch. Ah, schade. Ich dachte, der hat den noch erwischt. Na, habe ich noch den David. Habe ich noch gekriegt. Sehr gut. So, jetzt schnell wieder runter. Warpie benutzen. Und jetzt geht's ab. Ey, warte, 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 warte. Nein, haben die sich gegenseitig gekillt. Das war meiner. Komm her. Oh, der hat. Ja. Das geht ja gar nicht. Game over. 160er Account ist erreicht. Ja, Gott sei Dank. Neun Minuten noch weiterspielen. Nur so ein bisschen viel gewesen. 29,15 ist in Ordnung. Go. Der Goal, die war richtig gut. Ähm, ja. Die Map Blue Box von, äh, Misaf oder Misaf, äh, PL. Bloxy wurde gekickt. Ja, sehr schön. Bravo. Gut gemacht. Hallo? So gut war ich doch gar nicht, ey. Was soll denn das? So, und jetzt noch ein Pick-and-Min-Video, was ich hinten dran gehangen habe. Wo ich, da seht ihr gleich, die Universal-Fan-Minum gewonnen habe. Was für ein Glück mit einem Coin. Aber auf dem US-Server natürlich, war das. Auf jeden Fall geil, äh, mit 170 Schaden auf dem US-Server. Ich weiß jetzt nicht, wie die jetzt auf den EU ist, ob die auch so viel Schaden hat. Aber auf jeden Fall schon richtig geil gewesen. Hm. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ja, das war noch ein kleiner Nach-Pick-and-Win-Spiel-Nachtrag. Und, ja, dann ist das LP jetzt auch komplett zu Ende. Und viel Spaß euch noch. Das war's.